Dü-dü, der Bus fährt ab. Nein, warte! Hallo, wer bist du? Ich heiße Ada Eke. Hallo, ich bin Sophie. Wollen wir zusammen rausgehen? Ja. Das ist unser Sportplatz und da kommt Gracie. Wer ist denn das? Das ist Ada Eke. Die sieht ja voll komisch aus. Ich gehe. Tschüss. Die scheint ja sehr nett zu sein. Ich sollte mich entschuldigen gehen. Hallo, Ada Eke. Tut mir leid, dass ich eben so gemein zu dir war. Kein Problem. Tschüss.